Willkommen zur 98. Folge Brettspiel News Talk. Ich bin Johannes und in dieser Folge rede ich mit Nils und Anatole von Schmidtspiele. Über Schmidtspiele, über ihre Arbeit, natürlich auch über Mensch ärgere dich nicht, über Zielgruppen und vieles mehr. Viel Spaß. So, ein neuer Interview-Podcast, nicht nur mit einem Gast, sondern gleich mit zwei Gästen, nämlich mit Nils und Anatole von Schmidtspiele. Hallo ihr beiden. Hallo Johannes, grüß dich. Hallo, auch von mir. Ja, sehr cool, dass ihr da seid. Schmidtspiele wird wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen was sagen. Mögt ihr euch am Anfang erstmal vorstellen? Nils, wer bist denn du? Ja, hallo nochmal an alle, die hier zuhören. An dich nochmal, Johannes. Danke für die Einladung. Mein Name ist Nils, Nils Jokisch. Ich bin bei Schmidtspiele mitverantwortlich für das Marketing, also für die Werbung. Bin also derjenige, der für bunte Bilder, Endverbraucher und auch Werbung zuständig ist für unsere Business-Partner, unsere, ja, wie soll ich sagen, Partner aus dem ganzen Handelsspektrum, ja. Sei es Online-Handel, Fachhandel, Einzelhandel und so weiter. Ich mache von der Fernsehwerbung über Bildmanagement, Internetwerbung, so dieses ganze Spektrum an Aufgaben, die so täglich anfallen. Ja, ich bin auch bei Schmidtspiele und bin da, ja, Produktmanager heißt, glaube ich, meine offizielle Position. Ich würde es trotzdem mal, oder am weitesten bekannt ist wahrscheinlich, ein Spielredakteur. Das ist auch ein Großteil meiner Aufgabe, aber es gibt tatsächlich auch Sachen, die sich dann auch an unser Produktmanagement fallen lassen würde. Und genau, da bin ich jetzt seit drei Jahren hier und fühle mich sehr wohl und kann nachher bestimmt sehr viel berichten über die Details, die ich da machen werde. Was ja super spannend ist, Brettspiele, auch wenn, glaube ich, Brettspiele im Kommen sind, ist ja schon immer noch eine Nische. Jetzt macht ihr ja beruflich was mit Brettspielen. Das heißt, wahrscheinlich habt ihr vorher irgendwie gemerkt, dass Brettspiele was ganz Tolles sind. Wisst ihr noch, wann das war, dass ihr gemerkt habt, okay, cool, Brettspiele, da möchte ich mehr machen vielleicht mit? Ja, du gibst eigentlich eine Steilvorlage, so war es bei mir nicht. Also ich komme tatsächlich, das ist schon ein paar Tage her, vor circa 20 Jahren, aus einer Werbeagentur, eine klassische Werbeagentur und wollte mir nicht mehr diesen Umfang an Wochenstunden, an Arbeit antun, weil das war schon etwas viel, too much, sage ich mal, mit 60 Stunden oder plus. Und dachte mir, du gehst mal auf die Industrie, auf die Wirtschaftsseite und verlässt die Agentur. Und so bin ich ganz normal, wie das so der Werdegang ist, über eine Stellenanzeige, damals von Schmittspiele gestolpert, habe mich beworben und es hat dann auch recht schnell und unkompliziert geklappt. Angefangen hatte ich damals als Produktmanager, also als Redakteur, wie Anatol schon gerade richtig gesagt hat, für den Bereich Kinderspiele-Lizenzen. Das heißt, ich habe damals auch Spiele ins Leben gerufen, zusammen mit externen Autorinnen und Autoren für die etwas Kleineren, für die Jüngeren im Bereich, da wo Mickey Mouse, Sendung mit der Maus, Tabaluga, der kleine Eisbär und solche bekannten Lizenzfiguren rollen. Das war so mein Einstieg damals bei Schmittspiele. Und dann habe ich, um deine Frage da noch ein bisschen abzurunden, dann auch natürlich das Gespür, das Begreifen, auch die Lust und auch die Freude an Brettspielen bekommen. Das kam dann tatsächlich erst über den Job bei Schmittspieler. Bei mir geht es ganz weit zurück in meine Kindheit. Da habe ich tatsächlich auch schon sehr gern gespielt und meine Eltern weniger, komischerweise. Aber ich habe es anscheinend irgendwie geschafft, mit Geschwistern oder Freunden das aufrecht zu halten. Natürlich damals im klassischen Sinn, Monopoly, Mensch ärgere dich nicht, UNO, was es so in diesem Zeitalter gab. Und dann habe ich das allerdings immer weitergeführt. Und ich glaube, so der Knackpunkt war in meiner Jugend, da gab es eine Jugendgruppe, die ich besucht habe, von der Kirche, Evangelische Jugend, und da war eine Diakonin, die spielerbegeistert war. Und die hat einfach immer, also für damalige Verhältnisse, die neuesten Sachen gehabt. Und das hat sich dann in dieser Jugendgruppe so etabliert, dass alle fast oder sehr viele davon zu Brettspiel-Fans geworden sind und später dann auf Messen gefahren sind und wir auch wie immer irgendwie up-to-date waren und einfach viel gespielt haben. Wohl in der Jugendgruppe als auch dann in unserer normalen weiteren Freizeit. Hat mich immer begleitet, mein ganzes Leben lang. Ich habe immer Spiele irgendwie dabei gehabt, sei es, ob ich zum Sport, zu einem Turnier gefahren bin oder auf einer Geschäftsreise oder, oder, oder. Aber als Beruf hatte ich das eigentlich nie irgendwie so parat, aber immer als Hobby. Anathol wurde also auf der, bei der Kirche bekehrt, ja, sozusagen. Kann man so sagen, ja. Ja, und irgendwann hat es dann ein bisschen Klick gemacht, beziehungsweise es gab, gab es ja eine Möglichkeit in meinem Leben, wo ich dann auch mal in die, als Beruf in die Spieleszene gehen konnte. Ich war eigentlich Bauingenieur und habe dann, oder durch meine Frau bin ich nach Amerika gegangen, und wir haben das Risiko eingegangen, haben gesagt, willst du mal machen was Neues? Und sie hat dann ein Angebot bekommen und dort hatte ich auf einmal Zeit und eine Frau, die viel Geld verdient hat, die dann mir als eine Möglichkeit hat, mich mal ein bisschen auszutoben. Und da habe ich dann tatsächlich angefangen, in einem Spielecafé anzufangen zu arbeiten. Ich habe vorher schon ein bisschen auf Messen gearbeitet für Schmitt-Spiele und da kamen auch die ersten Connections zusammen. Und genau, das ist dann einfach, hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das dann für mein Leben so entschieden habe, dass ich sage, ja, wenn es geht, bleibe ich dabei und benutze meine Projektmanager-Power, die ich mit Bauingenieurwesen gelernt habe, für was, was noch mehr Spaß macht oder was super viel Spaß macht. Und ja, da gehe ich voll auf und das ist einfach so, wo ich jetzt, glaube ich, erst mal dabei bleibe. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell ändern werde. Was ist denn für euch der Reiz an Brettspielen? Vielleicht erst mal, Anatol, weil du ja sozusagen ganz lange schon drin bist und dann vielleicht danach, Nils, sozusagen, was hat für dich gezeigt, sozusagen, ja, durch den Beruf, wie es dann sozusagen dazu gekommen ist? Zählt. Der Reiz. Also ich würde eigentlich, der größte Reiz für mich ist immer der Spaß. Ich habe eigentlich immer Spaß, wenn ich spiele. Und das Zusammensein mit anderen Leuten, das ist, glaube ich, was, was mich immer begleitet hat und was ich einfach auch persönlich mag. Ich habe immer gerne in einer WG gelebt. Ich habe immer gerne irgendwie Leute um mich herum gehabt. Und da hat sich das, glaube ich, so ergeben, dass das einfach so ein kleiner Teil, zumindest in Deutschland ist, der ja auch Kultur ist, dass man da auch was spielt nebenbei. Und, ja, es war dann so eine, ja, Spirale nach oben, ne? Ich habe immer ein Spiel dabei gehabt. Die Leute haben mich dann gekannt, weil ich immer ein Spiel dabei gehabt habe. Und dann kam immer die Frage, hast du ein neues Spiel dabei? Und, ja, so wurde einfach immer, wenn ich dabei war, viel gespielt. Und ich habe es nie, ja, ich habe es nie aufgehört. Ich fand immer neue, tolle Spiele und habe es geliebt, die anderen Leuten zu zeigen. Ja, und das ist für mich, glaube ich, Spaß ist einfach für mich das große Ding. Wenn ein Spiel auf dem Tisch ist, ist da immer Spaß dabei. Weil natürlich kann ich jetzt Einzelspieler auch sagen, boah, das ist besonders gut, weil ich da ganz toll meine Optimierungsfähigkeiten ausspielen lassen kann. Aber ich glaube, das große und ganze ist Spaß. Es gibt ja auch Reaktionsspiele und was auch immer. Es ist einfach, Spaß ist ganz oben. Und das ist bei mir immer auf dem Tisch, wenn ein Spiel auf dem Tisch ist. Ja, zum größten Teil natürlich Spaßfaktor. Ganz klar, da hat Anatol völlig recht. Sonst würde man sich das ja in seiner Freizeit ja auch nicht antun, ne? Ist klar. Also die intrinsische Motivation ist auf jeden Fall da. Ich denke, auch ein großer Faktor ist, was so den Reiz ausmacht, sind so schöne Erinnerungen an früher Anatol. Er hat das vorhin auch schon erwähnt, dass er von kleinst auf mit Spielen in Berührung gekommen ist. Das ist bei mir natürlich und wie bei vielen anderen auch der Fall. Sei es nun Mensch ehrlich, nicht als kleines Kind mit der Oma zusammengespielt und diese warmen Erinnerungen von Kartenspielen und so aus der Kindheit, aus der Jugend, so transportiert in die heutige Welt. Und das benetzt einen natürlich, was so den Reiz angeht, überhaupt beim Spielen zu bleiben und das auch weiter auszuführen, privat in der Freizeit. Und weil auch ganz andere Sinne auch irgendwo so zum Vorschein kommen oder angesprochen werden. Ja, also andere Sinne in dem Moment, weil ich nicht digital unterwegs bin. Wir reden ja gerade vom klassischen Brettspiel, vom Non-Digital-Bereich. Und das, was man da macht, dieses Interagieren, auf dem Tisch liegt ein Plan aus Karten, du guckst in die Augen von deinen Mitspielern, Mitspielerinnen, die dir gegenüber sitzen, sich freuen, sich ärgern. Also dieses ganze Drumherum, diese ganze Magic, diese Atmosphäre am Spieltisch, sei es jetzt zu Hause oder bei einem Kumpel oder in der Kneipe, ist einfach durchaus reizvoll, weil es einen ganz guten Gegenpol setzt zu dem, was so im Alltag oder im Büroalltag so um einen herum passiert. Das macht so für mich den größten Reiz aus eigentlich vom Brettspiel. Okay, dann kommen wir mal zu Schmidtspiele. Ich finde das immer ganz spannend. Bei einigen Verlagen, da weiß man sofort, denkt man so, keine Ahnung, bei Amigo, denkt man vielleicht an so kleine Kartenspiele, bei Spielworks, denkt man vielleicht etwas so an nischigere Titel. Was würdet ihr denn sagen, macht das Spieleportfolio von Schmidtspiele aus? Mensch, ärgere dich nicht. Punkt. Also nicht das ganze Portfolio, aber wenn du so ein bisschen fragst, was so die DNA ist oder die Wurzel und die Entstehung von unserem Verlag von Schmidtspiele, dann ist es definitiv natürlich das Spiel der Evergreen-Klassiker Schmidtspiele. Mensch, ärgere dich nicht, von Josef Friedrich Schmid, weil er damit auch damals vor über 100 Jahren einfach die Wurzel gelegt hat. Das ist halt die Wurzel des Verlags. Hätte er damals nicht seinen gelangweilten Söhnen dieses schon existierende Spielprinzip auf eine Hutschachtel gekritzelt und ihnen das zum Spielen gegeben, damit sie mal etwas Vernünftiges machen zu Hause, dann wäre weder der Erfolg des Spiels dann im weiteren Verlauf zustande gekommen, noch die Verlagsgründung. Dann würden wir auch heute hier nicht sitzen unter dem Label Schmid. Er war ja auch gleichzeitig Namensgeber des Verlags Schmid, Schmidtspiele. Und der Josef Friedrich Schmid war ganz am Anfang, als er auf die Idee kam, dieses Spiel zu vervielfältigen, also nicht nur für seine Söhne einmalig umzusetzen, sondern in einer Kleinstauflage überhaupt gar nicht erfolgreich. Seine Spiele haben sich gar nicht verkauft in der ersten Zeit. Es war dann so im weiteren Verlauf, dass er die Spiele dann verschenken wollte, die er gemacht hat, die er hergestellt hat in Handarbeit. Und diese Spiele, diese Einzelexemplare sind dann tatsächlich unter die Leute oder speziell jetzt unter die Männer gekommen in den Feldlazaretten vom Ersten Weltkrieg. Der lief ja zu der Zeit. Und da fing eigentlich diese wundersame Reise oder die Wurzel des Verlags an. Die Männer dort haben das Spiel lieb gewonnen und haben das auch mit nach Hause getragen quasi. Und dann war plötzlich diese Nachfrage geboren, nach Mensch ehrlich nicht. Das konnte man dann nicht kaufen. Das hat Josef Friedrich Schmid dann auch mitbekommen und hat dann die erste eine Million Stück herstellen lassen. Und seinen Verlag gegründet und diese eine Million Stück Mensch ehrlich nicht haben dann auch Reise einen Absatz gefunden. Und das war wie gesagt dann quasi die Gründungsstunde oder die Gründungsjahre von dem Verlag Schmidtspieler. Und bis heute ist Mensch ehrlich nicht einfach die, wie ich schon sagte, die DNA des Verlags als Hauptbrettspiel. Aber wir haben mittlerweile über 800, 850 Artikel im Portfolio. Insofern gibt es da noch eine Menge mehr zu spielen und zu bestaunen. Anatol, was würdest du denn sagen, ist denn euer Fokus innerhalb der Redaktion? Naja, für meine Redaktion oder beziehungsweise für die Familienspielredaktion ist es natürlich die Neuheiten. Aber wenn man jetzt rausgehen würde und Leute fragen würde, mache ich eigentlich auch oft und die dann hören, aha, Schmidtspiele, dann werden die immer, immer, immer Mensch ärgerlich nicht und auch Kniffel in Zusammenhang bringen. Es wird, ja, wir sind einfach dafür bekannt, weil es halt einfach auch sehr viel davon verkauft werden. Das ist ja auch gut so für uns. Aber wir machen ja durchaus auch Neuheiten und die machen für mich am meisten Spaß. Bei Kniffel und bei Mensch ärgerlich nicht, muss ich nicht mehr so viel Neues erfinden. Auch da gibt es Arbeit dazu und das ist dann genau das, wo ich sagen würde, naja, das ist genau das, warum ich ein Produktmanager bin, weil ich auch diese Marken oder diese Produkte eben betreuen muss und da vielleicht mal Logo geändert werden muss, 50 Jahre Logo entwickelt werden muss, vielleicht eine neue Deluxe Edition etc. rausgekommen muss. Also auch das muss alles gemacht werden, aber da muss jetzt nicht so viel neu entwickelt werden wie jetzt bei einem neuen Spiel. Aber auch das gehört dazu und deswegen ist meine Beschreibung auch nicht nur Spielredakteur, sondern eben Produktmanager auch. Jetzt ist Schmidtspiele ja ein Big Player in der Spieleszene. Vielleicht mal so zu grüßen, ja, wie viele Leute sind vielleicht für Brettspiele zuständig? Ihr habt ja noch mehr und vielleicht, wie viele Leute sind überhaupt im Unternehmen beschäftigt? Also insgesamt sind wir in einem Firmenverbund, der sogenannten Good Time Holding, das ist unsere Muttergesellschaft, eingebunden. Da findet sich auch eine Firma wie Kiddings Media, früher bekannt als Kiosk. Kiosk, Hörspielkassetten, die sitzen ein Stockwerk über mir mit der Mannschaft, sind diejenigen, die verantwortlich sind für Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina, also Figuren, die in Deutschland und auch darüber hinaus sehr bekannt sind. Und die gehören zu uns, wir gehören zu denen und zusammen teilen wir uns auch unsere Personalbuchhaltung, unser Controlling, unser Lager, unsere Logistik und alle drum und dran sind auch mit Aufnahmestudie und Co. etwa 150 Personen, die für die Gruppe arbeiten. Und das unterteilt sich natürlich dann in die einzelnen Abteilungen, in die Fachabteilungen. Und das geht dann runter bis, ja, sage ich mal, zwei Mann Teams. Anna Tour kann das bestätigen, im Bereich Familien, Erwachsenenspieler gibt es zwei bis drei Personen, die dafür zuständig sind in der Redaktion, genauso wie bei Kinderspielen, bis zu drei Personen. Wir haben noch unsere Holzspielmarke Selector, die wird von einer kleinen Gruppe betreut und so sind das Einzelteams, genauso wie auch in der Abteilung Vertrieb. Da sitzen meine Kolleginnen, das sind dann knapp zehn Personen, die dafür zuständig sind. Marketing, also diese kleinen Gruppen sind ja, glaube ich, auch Büro- oder Verlagstypisch. So unterteilt sich das hin und insgesamt kommen wir, wie gesagt, auf knapp 150 Personen. Jetzt habt ihr, das habe ich dann in einer sozusagen Mail gelesen und ihr habt es auch schon ein bisschen gesagt, was eure Berufsbezeichnungen sind. Senior Marketing Manager und Product Management oder Product Manager. Das klingt, finde ich, erstmal super abstrakt. Vielleicht so ein bisschen, was ist euer Alltag, damit wir uns vorstellen, was macht ihr überhaupt die ganze Zeit? Podcastinterviews geben. Zum Beispiel, genau. Das ist die Hauptbeschäftigung. Vorbomst bis abends und abends nochmal ein paar E-Mails schicken. Nein, Spaß beiseite. Also es ist sehr facettenreich. Also mein Job, deswegen liebe ich den auch so sehr, ist ein sehr, sehr bunter Blumenstrauß an Aufgaben. Ein großer Teil natürlich Verwaltung. Das fängt an mit E-Mails lesen, beantworten, in irgendwelchen Excel-Tabellen, sich Marktforschung angucken, darauf reagieren, Projekte vorantreiben. Aber es ist halt so das große Ganze. Ja, wir sitzen natürlich häufig zusammen und lassen unsere Köpfe rauchen, wie wir auch unsere Spiele auch wirklich so feil bieten können, dass die Spieler in Deutschland oder auch weltweit überhaupt aufmerksam werden darauf. Man muss das Baby ja nicht nur gebären, sondern man muss es auch bewerben, dass es bekannt wird, weil nicht nur wir, auch andere Verlage machen einen guten Job und bieten ihre Produkte feil im Online-Bereich, im Geschäft, im Laden. Und wir sorgen im Marketing, in der Produktentwicklung genauso dafür, dass die Leute halt auch überhaupt erstmal drüber stolpen und überhaupt was davon mitbekommen, dass es die und die Neuheit gibt oder auch den und den Evergreen immer noch zu kaufen gibt. Und damit beschäftigen wir uns eigentlich rund um die Uhr. Und das ist viel zu machen. Zum Beispiel momentan bin ich damit beschäftigt, drei neue TV-Werbespots ins Leben zu rufen. Da muss ich also Firmen beauftragen, die für Kamera, Video, Regie und so weiter zuständig sind, Texte entwickeln, Location suchen, wo wird gedreht, mit welchen Models, also mit welchen Darstellern, Familie. Dann gibt es Casting, Videocasting und irgendwann mal gibt es dann den Dreh, den Schnitt. Also alles sowas läuft halt auch über meinen Schreibtisch beispielsweise jetzt als eins der Projekte. Und deswegen heißt das Ganze ja auch Projektmanagement beziehungsweise ist halt in dem Titel das Wort Manager, weil man den ganzen Tag irgendetwas hin und her managt. Und am Ende der Woche, am Ende des Monats hat er irgendwie versucht, seine Projekte auch erfolgreich abschließen zu können. Geht dir das auch so an, Naturi? Ja, aber ganz anders auch wieder. Ich bin ja dafür verantwortlich, dass der Nils auch wieder was zu tun hat und die neuen Produkte an Land zu kriegen. Fängt an bei einer Prototypensichtung. Da gibt es ja alle möglichen Zuschriften. Dann müssen die zum Teil durchgelesen werden oder auch vielleicht mal angetestet werden, angefragt werden, wenn es gefällt. Dann muss dieses Spiel auch getestet werden beziehungsweise sehr viele Spiele getestet werden. Irgendwann muss man Entscheidungen treffen oder die dann nochmal im Detail testen, ob die auch wirklich gut sind für das nächste tolle Spiel oder eben eine Absage geschrieben werden müssen. Dann gibt es natürlich Messen, die man besucht, um da das Gleiche zu machen, auch wieder Autoren zu treffen, die einem tolle Ideen vorstellen und dann auch hier wieder testen, testen, testen und anschauen. Irgendwann hat man dann vielleicht mal die Idee, das ist wirklich leider sehr, ich würde nicht sagen müßig, aber der Output ist recht schwierig. Also man kriegt wirklich sehr, sehr viel zugeschickt. Ich sage jetzt mal ganz grob, tausend Zuschriften im Jahr, ganz grob. Und davon entwickelst du vielleicht ein oder zwei Ideen, die dann zum Spiel werden. Das ist wirklich unglaublich, wie dieses Verhältnis ist. Ja, und wenn man dann diese Idee hat, dann muss natürlich mit dem Autor gesprochen werden oder Autorin natürlich auch vertraglich alles abgehandelt werden. Dann muss man schauen, ob das Material in die Kalkulation passt, in welche Schachtel wir es bringen, welche Größe, für welche Spielerzahl. Wieder mal testen, testen, testen. Jemand muss die Regeln schreiben, jemand oder mein Kollege schreibt da auch Regeln, dann muss man die vielleicht auch mal gegenlesen und das ganze Kollegium schreibt alles E-Mails, Entschuldigung, Regeln plus auch Rückentexte von den Schachteln. Dann gibt es Grafiken, die gemacht werden müssen, weil ja dann vielleicht ein Thema geändert wird oder auch natürlich neu entwickelt werden muss, eine Illustration. Arrangements von Covern ist ganz wichtig, weil eben das unsere eigene einzige Sprache ist im Messmarkt. Wenn so ein Spieler im Regal ist, muss ja das Cover schon was sagen, überzeugen, ansprechend sein für die richtige Zielgruppe sein. Also da legen wir ganz viel Augenmerk drauf. Und ja, was gibt es noch? Basteln gehört auch sehr viel dazu. Das ist dann tatsächlich auch mal, wenn dann die Grafik so ein bisschen steht, gucken, funktioniert die auch? Passen diese grünen Teile auf dieses grüne Feld? Oh, sieht man gar nicht, muss man also die Farbe ändern? Dann ist das Handling gut. Da gehört sehr viel Basteln dazu. Und ja, habe ich schon mal erwähnt, testen auch. Also dieses Basteln, das Basteln, das greift dann auch tatsächlich in die Werbung bis zum Marketing, weil wir zum Beispiel auch von dem Produktmanagement, von der Redaktion Muster beispielsweise erhalten. Viele Muster, die jetzt nicht unbedingt alle Handmade sind, sondern die werden auch außerhalb von Schmittspieler hergestellt. Aber das sind halt Spielekartons, die noch keine Inhalte haben, die wir wiederum lange vor Erscheinen eines Spiels, eines Produkts, dann dem Handelspartner gegeben werden, damit die schauen, ob sie es in ihre sogenannten Listungen reinnehmen und dann ein halbes oder ein Dreivierteljahr später auch im Verkaufsregal stehen, hoffentlich. Insofern hat Anatour schon recht. Also da wird gar nicht mal nicht nur ausschließlich zum Testen und Proben etwas gebastelt, sondern auch für unsere Handelspartner. Aber die wollen einfach auch nicht die Katze im Sack kaufen, sondern schon sehen, wie groß ist eine Schachtel, wie macht die sich im Testregal und, und, und. Selbst digital ist das der Fall. Aber wir schicken oder verschicken über das Marketing, über den Vertrieb an unsere Vertriebspartner einen Haufen Leerschachteln durch die Gegend, damit sich der geneigte Kunde, also der Businesskunde, diese Dinge auch vorher angucken kann und den Augenschein nehmen kann, ja. Wie ist das denn? Also ihr habt jetzt schon Mensch, ärgere dich nicht und Kniffel angesprochen. Die stehen ja auch sozusagen abseits vom Spielefachhandel, ne? Keine Ahnung. Kaufhof, Müller, Thalia, etc. pp. Auch wenn einige davon ja auch schon ein bisschen nischierige Titel haben. Habt ihr abseits davon, ich sag mal, weiß nicht, Probleme manchmal etwas, ja, wie sag ich es denn, nischigere Brettspiele, also die nicht sozusagen auch, ich sag mal, die WenigspielerInnen ansprechen, da ja in die Regale zu bringen? Oder funktioniert das allein durch euren Namen Schmidtspiele ganz gut? Naja, wir sind schon ein Allkanal, ein Allkanallieferant, sprich alle unsere Artikel, ob das jetzt die Brettspiele, die Kinderspiele sind, die Puzzles, Kinderpuzzles, Erwachsenenpuzzles, bis hin zu den Plüschfiguren, die wir im Portfolio haben, bieten wir tatsächlich deutschlandweit, europaweit, weltweit allen, alle, die es wollen, auch unsere Artikel an. Ja, wenn du jetzt sagst, es geht um die Vielspieler, also um die nischigen Spieler, die die Cracks, die Profis ansprechen, die auch gern mal bereit sind, seitenweise Regeln zu lesen, zehn, zwölf und mehr Seiten, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Klar, diese Spieler haben nicht ganz so eine große Auflage, weil sie nicht so Mainstream sind. Aber genau dafür haben wir auch eben den sogenannten Fachhandel. Dafür gibt es die Spezialgeschäfte, die entweder auf uns zukommen oder wir auf die. Da gibt es ja langjährige, jahrzehntelangewährende Partnerschaften, wo wir halt auch hindiefern oder eben uns wir auch angesprochen werden. Es gibt immer wieder auch kleine neue Online-Geschäfte, Online-Plattformen, die sich gründen, weil irgendjemand glaubt, irgendwo in Deutschland halt einen kleinen Spielevertrieb zu gründen, gründen zu wollen. Auch da werden wir angesprochen. Und auch die beliefern wir sofort, wenn das alles mit rechten Dingen zugeht. und jemand ein Gewerbe angemeldet hat und das ernst meint, dann bekommt er auch innerhalb von wenigen Tagen unsere Ware zugeschickt, damit er sie eben verkaufen kann. Also insofern, jeder, der möchte, ist gern dabei und da gibt es keine Restriktion. Ich glaube aber schon, dass es noch so ein bisschen, ich würde sagen, ein Problem ist, aber dass viele Leute die Schmidt-Spiele eben schon noch eben als Familienspiel-Verlag sehen, was wir ja auch größtenteils sind. Aber wir haben ja mit Quacksalber von Quedlinburg und Tavern im Tiefental schon auch zwei Spiele, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Oder New Eden jetzt eine Neuheit von New Eden auch genauso. Also ein bisschen ISS, was auch immer in letzter Zeit rauskommt, es läuft schon ein bisschen unter dem Radar, weil die Leute nicht so ganz, oder sagen wir mal, genau diese Vielspieler, nicht sowas von Schmidt-Spiele erwarten. Auch wenn ich dann erwähne oder wenn ein Gespräch mit einer Autorin, die dann fragt, was kann ich euch denn anbieten, was sucht ihr denn gerade? Und wenn ich dann sage, naja, wir haben ja auch schon ein bisschen Kennerspiele und jetzt werden im Tiefental, ach ja, stimmt, ja. Also denen ist es irgendwie gar nicht so bewusst, dass wir auch in dieser Richtung sind. Vielleicht liegt es ja auch in der Historie, weil wir ja lange Zeit mit Hans und Glück in der Vertriebsschiene waren und da diese Sparte nicht hatten, also nicht mit dem Schmidt-Label, zwar dann auch bei uns, aber halt unter Hans und Glück-Label. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, wenn man es Problem nennen will, das Ding, dass halt die Leute es gar nicht von uns erwarten, aber wir arbeiten dran und genau, jetzt kamen gerade ein Juiden raus, was auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller ist, als was wir bisher hatten und es wird demnächst auch wieder weiterhin was kommen in der Richtung und irgendwann, glaube ich, wird die Aufmerksamkeit dann auch oder die Priorität auch anders liegen und dann können die Leute auch sagen, aha, ja, wenn da was Neues spiele. Wie ist es denn bei euch in der Redaktion sozusagen auch vielleicht für Leute, die zuhören und denken, ha, ich habe einen Prototyp, ist so Quacksalber von Quedlinburg, Terrain in Tiefen, da ist das, was die Komplexität angeht, sozusagen so die Obergrenze bei euch oder denkt ihr manchmal auch, wenn jetzt so der Knüller kommt, da würde mehr gehen? Das kommt immer von Fall zu Fall an, sage ich mal. Also ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen die Obergrenze, weil wir eben auch den Messmarkt bedienen müssen und auch der Nils und die anderen Vertriebsvertriebler, dass es dann jemanden schmackhaft machen müssen, die eben einfach im Messmarkt sind. Aber ja, wenn das Spiel jetzt besonders gut ist oder besonders pfiffig, was auch immer, da sagen wir nicht nein. Also das wird auch im nächsten Jahr was erscheinen, wo wir definitiv höher sind, als was man von uns erwartet, da bin ich mir sicher. Und weißt du schon, wie lange die Anleitung sein wird, Anatole, wenn du das erwähnst? Achso, wie viele Seiten muss man sich dann Wochenende-Zeit nehmen, ja? Im Moment sind sie bei 36 Seiten. Ach, du Schreck. Und nur Deutsch, ja? Oder bist du schon mit dem Übersetzung? Nur Deutsch, aber es ist ein, ich glaube, zwölf Seiten davon sind sozusagen ein Teaser, würde ich es jetzt mal so nennen. Also eine leichte Einleitung und dann kommt nochmal etwas Schwieriges dabei. Aber ja, ich muss gerade die Kalkulation erstellen dafür und da muss ich die Seitenzeit festlegen und das ist dann dabei rausgekommen. Na ja, Johannes, es ist auch so, dass wir natürlich ein wirtschaftliches Unternehmen sind. Ich meine, ich weiß, auf was du mit deiner Frage abzielen möchtest. Aber wenn natürlich jetzt ein Spiel für eine wirklich sehr kleine Zielgruppe nur eine Chance hat, wo wir glauben, einfach, na gut, davon verkaufen wir vielleicht deutschlandweit maximal 1.000 oder 2.000 Stück. Erstens wäre dann eine Produktion auch extrem teuer aufgrund dieser kleinen oder doch recht übersichtlichen, vergleichbar kleinen Auflage. Und zweitens hat am Ende keiner Spaß daran, weil es sich einfach wirtschaftlich nicht lohnt. Dann haben zwar vielleicht 1.000 Leute dieses Spiel gekauft und sind happy damit, aber letztendlich muss man am Jahresende aussehen, wie wir als Verlag in der Breite halt auch einfach wirtschaftlich gut funktionieren. Und deswegen schließen sich natürlich diese, ich sag's mal, absoluten Freak-Spiele mit einer sehr, sehr geringen Verkaufschance oder einer kleinen Auflage fast schon praktisch aus. Nichtsdestotrotz, Anatole hat er gerade erwähnt, gucken wir natürlich immer auch nach so einem Schmankerl, was vielleicht auch preiswürdig ist für eins der beliebten, bekannten Auszeichnungen, die auch wichtig sind für einen Verlag. Und insofern, ja, läuft. Wie ist das denn beim Marketing? Ehrlich? Man müsste doch eigentlich meinen, und ihr habt es auch ein bisschen angesprochen, Mensch, ärgere dich nicht, Kniffel, das sind so Longseller. Muss man dafür überhaupt noch Werbung machen, weil die sind doch so im kollektiven Gedächtnis drin, oder? Da gehen die Meinungen auseinander. Das wäre so, wie wenn du jetzt fragst oder die Frage stellst, warum macht Coca-Cola überhaupt Werbung? Kennt auch jeder. Und trotzdem stolpert man all die Weile immer über Werbespots, Plakate etc. Also die Frage ist auch bei uns immer wieder diskutiert. Machen wir Werbung für unsere Evergreens und für die bekannten Titel oder eben nicht? Da gehen die Meinungen absolut auseinander. Am Ende des Jahres ist es immer eine Frage oder am Anfang des Jahres des Budgets. Letztendlich hat jede Neuheit von uns es verdient, auch beworben zu werden und dort auch Marketinggeld zu investieren, damit es eben bekannt wird, nicht nur dem Handel gegenüber, sondern auch dem Verwender, dem Endverbraucher gegenüber. Aber logischerweise kann man nicht für jede Neuheit auch wirklich seine Euro ausgeben. Das heißt, wir müssen Schwerpunkte setzen, ganz klar. Das wird auch innerhalb der Geschäftsleitung des Marketings und auch zusammen im Team mit dem Produktmanagement, mit der Produktentwicklung diskutiert, wo wir halt Titel ganz vorne sehen, die auch eine Chance haben, einmal im Massenmarkt, andererseits auch für die Spezialisten. Und durch diese Schwerpunkte ist dann ganz, ganz klar, eigentlich von Jahr zu Jahr, dass wir für jetzt spezielle Werbung, für unsere Evergreens nicht viel Platz haben. Andererseits machen wir halt viel, was so, sage ich mal, nicht klassisch als Werbung erkannt wird. Jetzt gab es gerade am letzten oder am vorletzten Wochenende wieder eine große Mensch-erdig-nicht-Meisterschaft. Das sind dann solche Events, lokale Events, die in Deutschland immer wieder mal stattfinden, wo wir so Spitzen setzen, um auch eben wieder auf unsere Longseller, Bestseller, Evergreens halt hinzuweisen. Das findet immer wieder statt, sei es jetzt mit Mensch-erdig nicht, mit Ligretto oder auch mit anderen unserer Klassiker. Also da machen wir auch schon immer wieder Aktionen, Aktivitäten auch auf Messen und weisen auf unsere Bestseller hin. Ich glaube, bei Redaktionen sind Anleitungen und Regeln immer eine große Herausforderung, gerade bei etwas komplexeren Spielen. Jetzt habt ihr ja auch eine Zielgruppe, die deutlich weniger spielt. Anatoly, wie geht ihr da an die Regeln ran, dass ihr halt auch sagt, das müssen ja auch tatsächlich, das müssen ja theoretische Leute verstehen, die vielleicht vorher ein oder zwei Brettspiele mal gespielt haben. Ja, zum Glück haben wir die bei uns in der Belegschaft. Man soll es kaum glauben, aber wir haben schon auch Leute hier zum Beispiel in der Puzzle-Abteilung, die jetzt dann nicht so viel spielt und die ist dann immer perfekt zum Testen, sozusagen, würdest du es verstehen oder was würdest du jetzt machen, wenn du einfach diese Regeln so sehen würdest oder dieses Bild, was sagt es dir? Und ja, auch im Marketing oder in der Vertriebsszene gibt es Leute, die dann einfach nicht diese großen Spiele spielen, sondern einfach Gelegenheitsspieler sind und da dann perfekt zum Testen sind. Und natürlich geht man auch oft raus, wobei bei mir tatsächlich es echt schwierig wird, Freunde zu finden, die nicht so viel spielen. Ich habe einfach in meinem privaten Kreis um mich rum immer wieder Leute, die gerne spielen, woran auch immer das liegt, aber vermutlich ist es so natürlich, dass sich das dann so ergeben hat. Genau, und ja, diese berühmten Blindtests macht man gerne mal hier und da, einfach mal, um zu testen, wie würden es die Leute verstehen, wenn sie diese Regel so sehen würden oder Rückentext oder Grafiken oder ja, auch Spiele an sich sozusagen. Ja, das ist aber mit Sicherheit nicht so ganz einfach, dieses Sende-Empfänger-Problem. Genau. Einerseits möchte man alles erklären, glaube ich, in der Spielanleitung, ist ja jetzt egal, ob jetzt beim Kinderspiel oder in einem Familien-Erwachsenen-Spiel und möchte wirklich jeden Punkt beleuchten. Andererseits darf eine Regel nicht zu lang sein, nicht zu kompliziert, nicht zu komplex. Das schreckt natürlich auch ab, gerade für die Leute, für die Leute, die nicht so häufig spielen. Also ich glaube, da macht Anatol und die Mannschaft rund ums Spiele entwickeln echt einen Riesenjob, das immer so auf den Punkt zu bringen, dass irgendwie so alle Seiten damit umgehen können und befriedigt werden. Das ist, glaube ich, nicht so ganz, ganz einfach. Wir machen allerdings zusätzlich auch zu den ganz klassischen Spielanleitungen, die in einem Produkt dabei liegen, auch noch unsere Erklärvideos, unsere Erklärbär-Filmchen, wie ich immer sage, die man sich bei uns auf der Homepage oder auch auf YouTube und anderen Kanälen angucken kann. Das ist mittlerweile fast schon ein normales Marketing-Tool, machen andere Verlage auch, wo wir halt versuchen, in knackigen zwei bis vier Minuten auch die Anleitung mit einem Video und einer Kurzdarstellung halt begreifbar zu machen. Das ist auch nochmal unterstützend eine ganz gute Maßnahme. Da kann man sich auch mit einem QR-Code auf dem Spiel selbst halt aufs Handy rufen und sich das Video dann angucken. Eine unterstützende Maßnahme, die vielleicht auch den Leuten ein bisschen hilft, die nicht gleich einsteigen können oder die nicht so gerne lesen wollen und dann eine ganz gute Ergänzung zu der klassischen Anleitung. Ja, aber es ist definitiv auch ein deutsches Problem. Die wollen nicht diese Regellücken haben und ich als Redakteur versuche ja auch keine Regellücken irgendwie aufkommen zu lassen, aber ja, es verkompliziert einfach das Schreiben und das Lesen und man muss wirklich da sehr viel Gehirnschmalz reinstecken, wie kann man es einfach ausdrücken, aber trotzdem so, dass wirklich alles abgedeckt ist. Manchmal muss man auch noch sagen, aha, dieses Produkt ist vielleicht doch eher für den Messmarket gedacht und da kann man dann auch mal in der Regellücke absichtlich oder eine unwahrscheinliche, also sich ein Szenario, was ganz, ganz selten passiert, irgendwie vielleicht mal absichtlich weglassen, weil es sonst wirklich zu kompliziert wird und zu sehr abschreckt, weil die größte Hürde für neue Spiele sind immer, immer, immer noch die Anleitungen. Ja, wenn jemand ein neues Spiel erklärt bekommt, ist er meistens immer begeistert, weil er halt was Neues gesehen hat, aber wenn er ein neues Spiel vorgesetzt bekommen würde und das neu lesen würde, nach wie vor immer noch ein großes Problem und das muss man, müssen wir alle versuchen zu knacken und da muss man, ja, muss man manchmal mal sagen, vielleicht auch, darf man nicht so knallig sein und dann als Redakteur gedisst werden, wenn man jetzt, ja, was hast du da für eine Regel, das so das weglassen oder nicht genau erklärt. Manchmal war das tatsächlich Absicht, ja klar, manchmal war es auch einfach nur nicht wissen oder übersehen, aber man muss wirklich da einfach einen sehr guten, schmalen Grat laufen und den hoffe ich, treffen wir ganz auch gut. Ich kann den Seufter von Anatol auch gut nachvollziehen, weil letztendlich auch, wenn eine Regel geschrieben ist und ein Spiel ist erschienen und gekauft, also die Redaktion, auch das Marketing teilweise wird konfrontiert ja mit, gerade jetzt im digitalen Zeit hat er mit einer Masse an Zuschriften, dass wir den Leuten dann nochmal irgendwo Hilfe bieten sollen, weil sie eine Regel nicht verstanden haben an der und der Stelle. Es geht den anderen Verlagen ja genauso und das führt dann teilweise in der Spitze zu ganz absurden Fällen. Ja, wir hatten mal eine Familie beziehungsweise einen Ehepaar, was uns sogar mehrfach anschrieb, da ging es um Kniffel und eine spezielle, ich weiß nicht mehr, um was es jetzt im Detail ging, eine spezielle Regelauslegung und sie haben tatsächlich gesagt, wir werden uns scheiden lassen, wenn das jetzt nicht geklärt wird von Mitspielern. Also wir sollten dort die Oberschiedsrichter spielen und ein für alle Mal klarstellen, was jetzt an dem Punkt in dem Spiel bitte zu unternehmen ist und wir haben, kann ich mich noch dann erinnern, ist ein paar Jahre her, dann ein Brief, das war noch im, oder eine E-Mail geschrieben, wo es dann diplomatisch hieß, ja entscheiden Sie das doch bitte beide selbst, so für sich, das Wichtigste bei den Spielregeln und ich glaube, das betrifft nicht nur Kniffel, sondern alle Spieler, ist einfach vorher, vor Spielbeginn, die Regel für alle Spielteilnehmenden halt auszulegen, ja, und auch die Problemfälle vielleicht zu benennen, das kann man nicht gleich in der ersten Runde vielleicht lösen, weil man das Spiel noch nicht kennt, aber das Wichtigste ist halt bei einer Regel, weil es sollen sich alle daran halten, dass die vorher für alle Teilnehmenden klar ist und nicht erst hinterher geklärt wird, ja, das ist glaube ich immer so ein Manko oder ein Stolperstein und wenn das vorher in der Spielerunde deutlich gemacht wird, dürfte eigentlich, ja, einem Spielspaß oder einem schönen Abend nichts im Wege stehen, aber es gibt sehr, sehr kuriose Fälle, was Spielanleitungen auslegen und Streitigkeiten innerhalb von Familien oder befreundeten Gruppen oder so entstehen kann, das ist der Wahnsinn. Ja, gerade zu den Klassikern bekomme ich wirklich wöchentlich Fragen, natürlich sind die Regeln damals noch ein bisschen anders geschrieben worden, genau mit diesem Vorsatz, wir wollen es den einfach einfach erklären und es wurde nicht jedes Detail geklärt und man soll ja auch die alten Regeln nicht ändern, das hatten wir auch schon mal gemacht, wir hatten mal den Klassiker geändert und dann kamen so, warum habt ihr das dann geändert, wie kann man so ein traditionelles Spiel ändern, genau, und deswegen ist mein Ansatz da auch oft zu sagen, naja, das Wichtigste ist eigentlich, klar, Regeln festlegen für alle gleich und aber auch einfach Spaß haben, dafür sind die Spiele erfunden worden und man muss hier einfach mal, ja, versuchen eine Regelung zu finden, die allen Spaß macht und dann das Spiel halt nochmal neu anfangen, aber, genau, es gibt sehr, sehr viele lustige Zuschriften da. Vielleicht sollten wir immer eine Überschrift noch mit dazu in Klammern setzen, sehen Sie diese Regeln nicht zu verbissen an oder legen Sie es doch mit viel Spaß aus, ja, vielleicht sollte man die Leute nochmal darauf hinweisen. Schwer in Deutschland. Ja, ich kann es sagen, weil ich ja fünf Jahre in Amerika gearbeitet habe, da musste ich zusehen, wie manche Leute einfach Spiele falsch stehen, also falsch spielen im Sinne von, sie haben das Spiel gespielt, ich hatte keine Zeit einzuschreiten, sie hatten trotzdem zwei Stunden lang Spaß und das ist einfach egal gewesen, auch wenn man die Regeln von amerikanischen Spielen liest, die sind einfach, ja, die, ja, wie soll man sagen, offener, ja, offener, danke, kann man nicht immer so hundertprozentig sagen, wie meint der das jetzt, aber das ist den Leuten da tatsächlich ein bisschen egaler als hier und die haben dann trotzdem halt Spaß und sehen es halt so aus, wie sie es halt denken oder wie derjenige, der die Regeln liest und dann das den anderen erklärt und es funktioniert auch, ja, also ich meine, kann auch mal schief gehen, klar, kann auch mal sagen, dass sie sagen, naja, das ist jetzt aber ein doofes Spiel, immer, wir kriegen ja nie Karten nach oder was auch immer, die dann falsch spielen, aber in der Häufigkeit oder am meisten war es echt so, dass sie einfach trotzdem Spaß hatten und auch bei, auch bei Mensch ärger dich oder Kniffel, es ist ja so, dass es so viele Hausregeln gibt und die Leute halt genau mit diesen Hausregeln halt so viel Spaß haben und eine andere Familie oder Gruppe damit keinen Spaß hätte und dann haben sie halt andere Hausregeln und das klappt wunderbar seit 100 Jahren beziehungsweise 50 Jahren bei Kniffel. Wo wir gerade bei Regeln sind, ich glaube, allgemein heiß diskutiert das Thema geschlechtergerechte Sprache in der Brettspielszene wird es auch immer mehr thematisiert, auch bei Anleitungen. Wie diskutiert ihr innerhalb der Redaktion oder innerhalb des Unternehmens dieses, ja, dieses Thema? Weil einerseits, keine Ahnung, vielleicht erhöht das ein bisschen die Einstiegshürde, gleichzeitig wird das alle ansprechen, ja, wie geht ihr damit um? Ja, das war ja ein sehr aktuelles Thema oder sehr starkes Thema vor einem Jahr ungefähr und da haben wir, oder schon länger, aber so vor einem Jahr, glaube ich, haben wir dann die Weichen gelegt, haben uns zusammengesetzt und haben versucht da eine, ja, eine, wie soll man sagen, eine Richtung festzulegen, wie wir es machen oder Schritte, wie die man machen kann und man kann relativ viel umgehen, man kann nicht alles umgehen und man, genau was du schon angesprochen hast, läuft Gefahr, dass dann ein Spiel vielleicht schwerer zu verstehen ist, wenn man das manchmal auf Biegen und Brechen macht, aber wir haben, glaube ich, inzwischen einen sehr guten Weg gefunden, der jetzt auch firmenweit in der PA und auch, ja, überall angesetzt wird, Katalog, etc., wird peu a peu alles geändert mit der gleichen Schrittweise, also viel ist einfach auf Du natürlich, anstatt eher sie, einfach mal Du zu nehmen, und damit kann man schon 80%, glaube ich, mal einfach schon abdecken und, ja, den Rest muss man manchmal ein bisschen umschreiben oder halt auch mal das Genders Sternchen nehmen oder in Doppelpunkte oder solche Sachen, da, ja, arbeiten wir dran, aber, ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden inzwischen. Ja, stimmt. Was ich super spannend finde, das betrifft nicht nur irgendwie Klassiker, ich meine, sowas Lizenzen angeht, man sieht immer wieder Spiele, sozusagen bekannte Spiele bekommen irgendwie einen, einen weiß ich nicht, Harry Potter, Star Wars, Herr der Ringe Thema oder ähnliches oder halt eigene Spiele werden mit dem Thema entwickelt. Wie wichtig ist das für euch, weil ihr gerade sozusagen so eine große Zielgruppe habt, merkt ihr, dass so Lizenzsachen ordentlich ziehen? Ja, in der Tat. Also es ist schon ein, ein Tool, um Spieler auch noch weiter zu verbreiten. Ja, also Vorbild ist dann natürlich der amerikanische Markt, der ist auch noch mal deutlich weiterentwickelt in Sachen Auflagen und auch Anzahl der Lizenzen. Da ist Deutschland noch ein kleines Licht im Vergleich, aber diese Lizenzthemen, sei das jetzt im, im Kinderbereich, aber auch im Familienerwachsenenbereich, sind schon wichtig. Ja, wir haben zum Beispiel einen, einen Klassiker, kann man mittlerweile sagen, unser Dog-Familien-Spiel geben wir jetzt heraus mit der Harry-Potter-Lizenz, hast du gerade ja auch erwähnt, sprich, das Spiel ist ja fast eins zu eins dem Original entsprechend in der Grafik halt und von der Ansprache halt Harry-Potter-like und ich denke, gerade die Interessenten oder potenziellen Käuferinnen und Käufer, die halt Dog noch gar nicht kennen und noch nie drüber geschäubert sind, haben so halt eine Chance über ihre Lieblingslizenz und über ihren Helden Harry Potter und die Geschichte halt dann auch überhaupt zum Spielen zu kommen einerseits, andererseits auch überhaupt Dog mal kennenzulernen, das Spiel und das ist beiderseitig halt eine Chance, nur einmal für die, für die Leute, die das Spiel gekauft haben und so kennengelernt haben, dann auch noch ein bisschen mehr in diesen Dog-Kosmos mit den anderen Dog-Spielen, Black Dog beispielsweise, noch in Berührung zu kommen und für uns natürlich einfach ein erweiterter Markt und eine Chance auf mehr Spieleverkäufe. Also insofern sind die Lizenzen schon ein gern genommenes Tool, da ein Stück weit noch mehr Spiele an den Mann, an die Frau zu bringen, ja, definitiv. Was sich ja auch immer gut verkauft, sind Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. Wie macht ihr das in der Redaktion, Anatol? Denkt ihr manchmal, keine Ahnung, ihr habt ein, weiß ich nicht, ein Prototyp, dass ihr manchmal irgendwie vielleicht noch was wegnimmt, weil Spiel des Jahres verkauft sich besser als Kennerspiel oder ist das überhaupt ein Punkt, wo ihr drüber nachdenkt? Na, ich glaube, so haben wir noch nicht gedacht. Aber wir schauen natürlich schon, also man weiß relativ früh, meiner Ansicht nach, so ein bisschen, oh, das kann, das könnte was werden oder es könnte so gar nichts werden. aber ob wir jetzt eben für das eine oder für das andere und wann da was irgendwie hin und her mauscht, das haben wir glaube ich nicht gemacht bisher. Ich würde jetzt einfach mal sagen, zum Beispiel Mele Fiori war auch so in between, es war ein bisschen zu wenig für Kenner, vielleicht zu viel für Familie. Ja, war uns damals schon bewusst, aber hatten wir jetzt eben auch keinen Grund darin gesehen, da irgendwas wegzunehmen oder dazu zu basteln. Wir fanden das Spiel so, wie es war und ist eigentlich gut. Es war leicht eingängig und hat Spaß gemacht und sah schön aus und sind eigentlich sehr zufrieden damit. Und ja, dann war es am Ende schade, dass es weder das eine noch andere geworden ist, sage ich jetzt mal. Woran es lag, weiß man jetzt auch nicht. Kann man jetzt auch bestimmt nicht darauf schieben, dass man genau dieses eine weglassen hat oder das eine nicht dazu getan hat. Aber prinzipiell ist es immer ein Credo. Man versucht Sachen einfacher zu machen und die Kunst ist es oder die Perfektion ist ja nicht, wenn man nichts mehr findet, was man dazu erfinden kann, sondern wenn man nichts mehr findet, was man wegnehmen kann. Das ist meiner Ansicht nach Perfektion und das macht ein gutes Spiel aus und das gilt für Kinderspiel als auch normale Spiel, Entschuldigung, Spiel des Jahres als auch Kennerspiel des Jahres. Das gilt eigentlich immer und das ist immer gut, wenn es weniger extra Regeln hat, wenn es irgendwas weniger hat. Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht zu langweilig wird, logischerweise. Ihr macht ja, gehe ich einfach mal von aus, dass ihr alle Spiele, die ihr rausbringt, dass ihr davon auch begeistert seid. Gibt es da bestimmte Spiele, wo ihr einerseits gedacht habt, oh, das hat sich deutlich besser verkauft als erwartet oder andersrum auch einige, wo ihr gedacht habt, oh, das ist doch ein richtiger Kracher. Warum läuft das denn nicht so gut vielleicht? Ja, das gibt es tatsächlich. Anatol nickt auch bejahend. Ja, ja, also beidseitig. Ja, es gibt Spiele, da sind wir nicht nur in der Redaktion, die ganze Firma, all die Kolleginnen und Kollegen fest davon überzeugt, das ist der Burner und wir sahnen ab, also nicht nur umsatzmäßig, sondern auch bei den Spielepreisen, sei es jetzt Spiel des Jahres oder auch Deutscher Spielepreis und dann wird es irgendwie so ein Rohrkrepierer und wird noch nicht mal mit einem Listenplatz bedacht, wo sich dann alle Fragen angucken, oh, woran liegt denn das? Also wir waren doch so überzeugt und dann, klar, geht man so ein bisschen in die Untersuchungsphase, aber letztendlich kann man dann auch nichts dran ändern. Andersrum passieren aber auch manchmal Wunder, wo wir ja einfach ein Spiel rausbringen. Klar steckt überall viel Mühe drin, aber wo man nicht mit großartigem Erfolg rechnet, ich kann mich noch ganz gut erinnern, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, als wir Quirkel auf den Markt gebracht haben. Schönes Spiel, schön einfaches, abstraktes Spiel, was dann damals halt Spiel des Jahres geworden ist. Das war dann doch eher von den Auswirkungen und auch was danach passiert ist, von dem Verkaufserfolg bis heute eine absolute Überraschung. Also es funktioniert auch in der positiven Art und Weise. Insofern haben wir dann irgendwann mal am Ende des Tages einen Ausgleich. Und ja, also diese Entwicklungen gibt es, die sind da. Anantol kann das mit Sicherheit bestätigen. Ja, ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei, weil ich kann es nur an den jüngsten Sachen auch so, also ja, dein erstes Spiel, was du rausbringst, bist ja auch immer so, ja, das habe ich an Land gezogen, das war nicht super und dann ist man natürlich ganz heiß drauf, dass das auch toll wird, aber ja, ist dann überrascht, wird überhaupt nicht gut besprochen und so weiter. Man hat so viele Tests gemacht, überall kommt es gut an und dann, ja, das passiert einfach. Anantol, wenn das immer so wäre, wenn das erste Spiel eines Redakteurs immer Spiel des Jahres wird, würden wir jedes Jahr einen neuen Spiele-Redakteur einstellen. Wahrscheinlich sind wir das Zweite, weil das Erste kann eigentlich nicht werden. Das ist eine gute Strategie, das machen wir jetzt so, genau. Aber genau, es geht, wie gesagt, wie der Nils schon gesagt hat, in beide Richtungen. Also auch, ich glaube, nochmal und ganz schön clever sind auch so Beispiele, wo ich sage, ja, ganz schön clever hat, glaube ich, keiner auf dem Schirm gehabt, dass das dann so durch die Decke ging, wie es jetzt durch die Decke gegangen ist. Klar lag auch an der Nominierung. Bei nochmal sind die Zahlen, Verkaufszahlen ähnlich und auch super gute Spiele, wurde kein bisschen erwähnt damals, kann auch passieren, ja, ist trotzdem eine riesen Erfolgsschlage geworden. Also ja, es gibt immer wieder Überraschungen und klar, der Spiel des Jahrespreises ist einfach ein Dreh- und Angelpunkt in Deutschland und auch für die Verkaufszahlen und alles, das kann man nicht, naja, kann man nicht verschweigen, ist so. Und natürlich arbeiten alle darauf hin und hoffen darauf, aber die sind auch immer wieder so überraschend, dass es, glaube ich, jedes Jahr immer Leute gibt, die sagen, hä, wieso das denn? Oder ach, schau mal an, wow, ja, hätte ich nicht gedacht, aber gute Wahl oder, oder, es gibt so viele Fälle, so viele Beispiele und man, klar, man kann inzwischen, man kann nichts sagen, man kann nichts hoffen, man kann nichts, hoffen kann man immer. Hoffen kann man immer, aber das macht auch gerade den Reiz aus. Ich glaube, es wäre ja auch zu langweilig, wenn tatsächlich, wenn man weiß, Partyspiele haben immer, haben immer keine Chance oder andersrum, Partyspiele haben immer Chance, was auch immer es ist, das wäre ja zu langweilig dann auch, das würde die Gefahr auch bestehen, dass alle auf einmal nur noch darauf hin arbeiten, ja, und dann würde viel, die Bandbreite verloren gehen, also, ich glaube, so wie es ist, es ist, ja, sehr interessant und, es ist gut so. Werdet ihr so lange ganz schön clever Nachfolger rausbringen, bis euch die Wortspiele ausgehen? Das ist eine gute Frage. Ich muss ja schon sagen, oder wir alle waren uns sehr unsicher bei Clever hoch 3, ob wir das überhaupt brauchen und rausbringen, dann war die Idee halt da, wir haben es gespielt, und dann, ja, das passt gut, warum nicht? Und, das hat so viel Anklang gefunden, dass wir gesagt haben, naja, der Autor hat wieder eine Idee, warum nicht? Also, wir sind natürlich auch sehr stark von Wolfgang Warsch abhängig und der ist auch ein Typ, der sagt, ich habe hier eine Idee, dann hat er eine, wenn er keine Idee hat, dann hat er auch keine. Da habe ich übrigens eine Idee für einen neuen Titel, Clever hoch 4, warum nicht? Moment, das passt nicht. Ja, Titel habe ich noch ein paar auch in meinem Kopf, aber das ist leider nicht der entscheidende Punkt, sondern da geht es wirklich darum, gibt es doch eine lustige, neue, coole Idee und macht die wieder Spaß, macht die trotzdem nichts oder ist die immer noch für die gleichen Fans, weil es ist ja einfach, man muss einfach dazu sagen, es ist ja wirklich für eine spezielle Sorte von Spieleleuten, die da einen Spaß haben. Ich glaube, keiner, der clever oder ganz schön clever, wie soll ich das jetzt sagen, der ganz schön clever nicht mochte, wird auch kein, auf einmal bei Clever hoch 4 sagen, wow, cool, coole Spiele, das wird nicht passieren. Es gibt ja immer nur die, die es sehr mögen, die würden dann auch dann weiterhin, die weiteren Titel mögen. Wie ist das jetzt in den letzten Jahren immer ein größeres Thema, steigende Kosten, sei es irgendwie die ganze Shipping etc. pp, aber natürlich auch das Material. Wie merkt ihr das oder es hat das Einfluss auch bei der, bei der Gestaltung sozusagen, der Brettspiele, dass ihr manchmal denkt, oh, da müssen wir vielleicht doch ein anderes Material nehmen, weil es einfach günstiger ist. Ja, definitiv, das kann, konnte keiner verschweigen, wie da hat es gesehen, dass die Preise hochgingen, sowohl Transportpreise, die jetzt auch wieder, die müssen relativiert haben, aber auch als Materialpreise, auch die Knappheit, das war ja auch noch ein Problem, das war ja nicht nur der Preis, der hochging, sondern auch die Beschaffenheit, du konntest auf einmal, war kein Papier mehr da, so ganz mal probgeschmackt. Ja, so war es, so war es, so kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, das war eine ganz neue Situation, die man da erleben musste und wir mussten dann, ja, man musste dann Lieferanten wechseln, man musste ja vielleicht auch mal hier und da was abspecken, damit der Preis nicht höher wird und solche Sachen, wir haben uns da viel einfallen lassen, wie man das umgehen konnte und du sagst, aber auch der Endkunde natürlich immer noch zufrieden, das hilft ja nichts, wenn du dann irgendwas machst, wo du dann am Ende dir selber ins Fleisch schneidest, also ja, vor allem bei Neuentwicklungen, glaube ich, hat man dann, oder sieht man ja, da hat man ja schon vorher dieses Problem, sieht die Kalkulation, weiß, okay, schade, das würde so nicht funktionieren, jetzt müssen wir halt doch anstatt das und das vielleicht dann, anstatt Holz dann vielleicht Papier nehmen oder, oder, oder. Ja, ist so, kann man nicht verschweigen, ist passiert oder passiert immer noch und bei den neuen Projekten kann man es halt ein bisschen handeln, kann man es ein bisschen schieben, bei den alten Projekten hatten wir echt viele Probleme, die wir auch irgendwie lösen mussten oder gelöst haben, aber es ist extra Arbeit, die man nicht unbedingt hätte gebrauchen müssen. jetzt hätte ich lieber andere Sachen gemacht, als, als, äh, schon bestehende Spiele nochmal anzufassen und, äh, wo alles hinzugehen mit, oder irgendwas zu ändern, das ist, das ist tatsächlich eine Aufgabe, ich glaube, es wurde immer vorher gefragt, was macht Spaß, was macht Spaß, das hat nicht so viel Spaß gemacht, aber muss halt auch sein. Welche Rolle spielt vielleicht sowohl in der Entwicklung als auch, das hat, das glaube ich auch einen Marketingaspekt, Nachhaltigkeit eine Rolle, ne, es wird ja immer sozusagen weiter versucht, mehr auf Plastik zu, äh, verzichten, habt ihr das auch bei der Entwicklung und, weiß ich nicht, ist das schon ein Punkt im Marketing, wo man denkt, oh, damit kann man werben? Naja, definitiv, also das ist nicht erst seit heute diskussionswürdig, ähm, bei uns im Unternehmen, sondern letztendlich haben wir schon vor vielen Jahren angefangen, uns da, wie man so schön, ähm, laissez-faire sagt, einen Kopf drüber zu machen und es wird ja auch gefordert von unseren Handelspartnern, also die ganz großen, ähm, Handelspartner, sei es jetzt Metro-Konzern, Karstadt, Kaufhof Galeria, ähm, auch Discounter, ähm, die Aldi, Lidl, bei denen wir Spiele distribuieren, verlangen natürlich mehr und mehr, als Voraussetzung einer Partnerschaft, dass wir auch, ähm, nachhaltig arbeiten und das auch nachweisen können. Aber diese ganze Entstehungskette vom, vom, vom Beschaffen des Materials, der Spiele, über den, ähm, ähm, ja, über die Logistik und, 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 das ist natürlich ein weit, weit, weit umspannendes Feld, wo wir auch immer noch in den Anfängen sind, ähm, dieses Feld zu beackern und es ist sehr, sehr, sehr komplex, ähm, da auch wirklich am Ende des Tages zu sagen, wir sind jetzt irgendwie grün oder CO2-neutral, also wir arbeiten da intensiv dran, auch mit externen Partnern, sind aber meiner Meinung nach gerade wirklich in den, in den Anfängen und die, ähm, ähm, die Spar-Spielwaren-Industrie, ähm, ist da ja auch nicht ganz lazy und überlegt sich ja, wie sie, ähm, in den kommenden Jahren auch damit umgehen, mit Siegeln, die auch tatsächlich halten, was sie versprechen, damit wir kein, ähm, ja, kein sogenanntes Greenwashing betreiben, wie vielleicht in anderen Branchen, das schon seit Jahren Gang und Gäbe ist, ähm, wir wollen halt, wenn wir so etwas labeln, ähm, auch, äh, ganz klar und vernünftig, äh, dazu stehen können, dass das auch, äh, das Spiel oder das Produkt auch bietet, ja, dass es CO2-neutral ist und so weiter. Beispielsweise sind wir gerade, ähm, im Puzzle-Bereich sehr damit beschäftigt, ähm, diese Plastikbeutel, die in den Schachteln sind, wo die Puzzleteile drin enthalten sind, halt entweder komplett wegzulassen oder auf ein anderes Material umzustellen, da sind wir schon seit Jahren mit beschäftigt. Es gibt ja sogenannte Biofolien, das fängt aber schon damit an, was ist Bio? Ja, für den Begriff Bio oder Biofolie gibt es keine standardisierte oder gesetzlich festgelegte Vorschrift, ja, da fängt es dann schon an zu diskutieren mit Herstellern, wie definiert ihr den Begriff Bio? Ja, was bedeutet bei euch, ähm, Biofolie? Wie ist die Zersetzbarkeit? Und, 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 und. Also da muss man wirklich in die, ja, in die, in die grundlegenden Basis, äh, Fragen einsteigen und die dann auch versuchen mit den Herstellern gemeinsam zu klären und, ähm, da sind wir mitten im Prozess, ähm, wird auch, denke ich, noch, äh, eine Zeit in Anspruch nehmen, aber wir versuchen da unser Bestes auch, ähm, äh, Dampf auf dem Kessel zu geben und, ähm, da immer mehr auch, äh, CO2-neutral, ähm, zu werden, Logistik, wir fangen auch an mit unserem Fuhrpark gerade auf E-Autos umzustellen, und, und, und. Also eine ganze, ganze große Bandbreite an Aktionen, die wir da, ähm, in Angriff nehmen müssen. Ja, und bei Neuentwicklungen versuchen wir das natürlich auch, äh, schon sofort, ähm, umzusetzen, oder jetzt habe ich auch gerade eine Neuauflage von dem Spiel, wo ich dann auch gesagt habe, naja, dann schmeißen wir doch jetzt, wenn wir schon alles neu anfassen müssen, schmeißen wir das Plastik-Inlay raus und machen dann, äh, Papp-Inlay rein und die Plastik-Ständer raus und machen jetzt Papp-Aufsteller. Da wird jetzt die große Frage sein, wie nimmt es dann wirklich der Endkunde, der Mess-Markt auch auf, ja, so eine Umstellung werde ich jetzt dann überschwemmt mit, äh, äh, Reklamationen hier, die Papp-Ständer, äh, zerfließen, keine Ahnung, halt nicht mehr, äh, oder sagen die Leute, ah, schön, kein Plastik mehr. Also, das wird noch sehr spannend, was da die Zukunft aufbringt. Wir werden den ersten Schritt machen und, äh, es wird sehr viel Trial and Error werden, äh, also vor allem auch, was die Response angeht, ja, dann werden wir auch sehen, ob die Leute das wirklich so annehmen, ob dieses, ob dieses Umdenken in der gesamten Bevölkerungsschicht oder in der Käuferstelle, so ist oder nur ein kleiner Teil hier, äh, das fordert und dann damit zufrieden ist und die anderen dann meckern, das kann ja auch passieren. Da weiß ich auch noch nicht, was wir machen. Wenn es wirklich aufzuhören sollte. Der Begriff Nachhaltigkeit, der auch wirklich einen, einen unglaublich großen Spielraum an Interpretationen bietet, ja. Also nachhaltig sind unsere Spiele per se, weil sie halt sehr, sehr lange in Benutzung und in Nutzung sind, ja, die stehen dann hoffentlich 10, 20, 30 Jahre zu Hause im Regal und werden benutzt, also von dem Aspekt her sind sie nachhaltig, andere Art und Weise diesen Begriff zu definieren. Da hört es schon auf mit der Nachhaltigkeit, weil die Spiele überhaupt erst produziert werden, ja. Also schon da sagen einige, es ist ja nicht nachhaltig, wenn ich hier, wenn ich Energie einsetzen muss, um etwas zu produzieren, sei es ein Würfel, ein Spielstein aus Holz oder aus Kunststoff oder eben eine Pappe. Die Diskussion, ist Pappe überhaupt nachhaltiger als Kunststoff, ja, weil bei dem Prozess, Pappe herzustellen, Papier herzustellen, eben auch sehr, sehr viel Wasser, sehr, sehr viel Energie aufgebracht werden muss und, und, und. Also es ist ein Thema, da geht sehr viel um Definitionen, um Anerkennung von, von, von Siegeln, in deren Tiefe auch Wahrheit, also auch eine Wahrhaftigkeit dahinter zu stellen. Also es ist, eine Sache, die muss erstmal grundsätzlich auch geklärt werden, nicht nur in unserem Verlag, in der ganzen Branche. Und, und wir sind auch leider, in Anführungsstrichen, leider in einer Branche, die auch viel mit Geschenken zu tun hat. Also Spiele werden ja auch gerade im Kinderbereich zu Geburtstagen, zu Weihnachten ja auch gerne verschenkt und da ist der Endverbraucher zum Beispiel noch nicht so gewillt darauf zu achten, dass Ware nachhaltig ist, weil da geht es eigentlich eher so um, naja, ich möchte ja etwas verschenken, was ja auch was hermacht und was ein bisschen Glitzer ist und ein bisschen Folie hat und auch ein bisschen teurer aussieht und so weiter. Also auch der Konsument ist auch in speziellen Bereichen, auch Parfümerie beispielsweise zählt auch dazu, so Luxusgüter und so weiter, da wollen sie halt nicht nachhaltig einkaufen. Ja, da geht es eher um Shining und um ja, Protzen in Anführungsstrichen, wenn das jetzt nicht für mich ist. Ja, und da ist zum Beispiel die Spielware oder auch der Plüsch-Bereich eher weniger geeignet im Gegensatz zu einigen fast Consumer-Produkten, wo es um Ökologie geht, überhaupt darauf einzuwirken. Ja, also das macht die Sache nicht einfacher für uns, weil wir können jetzt als Einzelverlag auch nicht unbedingt dafür sorgen, in der ganzen Bevölkerung für ein Umdenken zu sorgen. aber wie gesagt, wir sind voll dabei, auch engagiert dabei, auch da unsere Schritte zu gehen, aber es ist und bleibt sehr, sehr komplexes Thema, was uns noch ja viele, viele Monate, viele Jahre, glaube ich, richtig, richtig auf Trab hält hier im Verlag. Jetzt ist es in einem halben Jahr, ist die Spiel. Könnt, dürft, wollt, mögt ihr schon irgendwas zu Neuheiten sagen? So ein paar Sachen habt ihr schon angeteasert oder Neu Eden ist jetzt ja relativ frisch raus. Ja, wir werden, wir hatten ja auch schon was angekündigt in Nürnberg zum Beispiel, das ist eine neue 4-1-Serie, haben wir sie ja genannt, also Spiele, die man alleine spielen kann. Aber das Besondere, sage ich mal daran, ist, dass die wirklich auch spielerisch wirken und nicht so Puzzle oder Denkaufgaben sind, wie man das oft für so Personen kennt, sondern wirklich ein Spiel, wo man sagt, ja, das kann ich jetzt auch alleine spielen und wir haben eine schöne Levelstruktur, Kapitel in unserer Trainer sind drei oder vier Titel, die da erscheinen werden und die werden schon dort erscheinen. Dann haben wir noch ja, eine Neuauflage, das ist am wenig interessant jetzt für die Spielerschaft, sage ich mal, von einem, von unserem Beweis denn sowas, was rauskommen wird, eben besagt, nicht Plastik-Inlay mit einer Soziofunktion und Verbesserungen in dieser Richtung ist auch ein Projekt, weil man auch hier wieder alles neu schreiben muss, die Fragen müssen neu geschrieben werden, etc. gesetzt werden, die Schachte muss geändert werden, das ist eigentlich, ja, auch wieder ein ganzes Projekt, was einem auffällt oder was einem beschäftigt und, ja, wo dann eine Neuheit leider für die Spielerschaft fehlt, weil für sie ist es dann nichts Neues, sage ich mal. Mein Kollege arbeitet noch an einem schönen kleinen Kattenspiel, was, ja, einfach wie Uno ist, aber schon sehr schöne Twists hat und ein Fabian-Spiel, würde ich immer sagen, was in Richtung Kargasonnen gehen wird, also mit Plättchenlegen und so ein bisschen taktischen Elementen, wo wir uns sehr drauf freuen werden. Ja, und an dem großen neuen Spiel, 36 Seiten, da werde ich noch nicht so viel verraten, weil ich noch nicht weiß, ob das beste Essen fertig wird. Aber 36 Seiten. Seinen eigenen Druck aufbauen, verstehe ich. Wir haben für Essen auch in Vorbereitung ein schönes Kinderspiel unter unserem Zweitlabel Drei Magier, was wir in Essen das erste Mal vorstellen, das ist ein Kinderspiel ab fünf Jahren, auch wieder mit einem großen 3D-Aufbau, was ja so typisch ist für Drei Magier und einem, ja, Magic Moment, einen magischen Moment, für den ja die Drei Magier-Spiele stehen. Aber wie gesagt, dann muss man noch ein paar Wochen warten und auch mal ein bisschen Gedulden, deswegen verrate ich noch nicht mehr, aber wird auch ein Leckerbissen im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und aus der Kinder-Field-Abteilung auch schon geteasert in Nürnberg, Robo-Alarm, eins meiner Lieblingsspiele, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist einfach so ungewöhnlich, so cool, so ein Versteckspiel, wo einer so eine Maske auf hat, also eine Spielschachtel tatsächlich sich wortwörtlich über den Kopf stöhnt und alle drei Sekunden für eine Sekunde was sieht und die anderen im Raum oder in Bochummann ist. Das hatte ich auch schon auf vielen Spieletreffs dabei und es war schön zu sehen, wie sich die 30- bis 60-Jährigen genauso beeilt haben, wie die 7-Jährigen und Action gemacht haben, zum Teil mit schmerzenden Rücken- und Muskelkader am nächsten Tag zu mir gekommen sind und wissen wollte, man dieses Spiel erscheint. Sehr zimper in Robo. Ja, ich hatte in Nürnberg auch schon auf unserem Stand und im Messestand in Nürnberg schon, da hat mir auch Robo-Alarm vorgestellt. Da kann ich Anatols Erfahrung nur bestätigen. Das kam sehr gut an und hat auch zu einigen kräftigen Lachern geführt, ja. Dann sind wir mal gespannt. Habe ich jetzt noch eine Frage an euch. Da geht es jetzt nicht mehr um euch als Mitarbeiter von Schmidtspiele, sondern um euch als Spieler. Was sind denn so Evergreens, die ihr immer, immer wieder auf den Tisch bringen könnt und warum? Vielleicht wiederhole ich mich. Also Madden, also unsere Kurzform von Mensch ehrlich nicht, ist natürlich immer wieder gern gespielt, so als Einsteigespiel. Tatsächlich, weil ich ja auch Kinder habe, die mal ein bisschen kleiner waren, da haben wir natürlich auch damit Mensch ehrlich nicht angefangen, so als Brettspiel-Klassiker-Einstieg. Ich persönlich spiele in der Familie gerne immer zum Warmwerden die Gretto, ist ja auch aus unserem Hause, weil es ja so ein so ein eröffnendes, lustiges, schnelles Spiel ist, was man mal eben in zehn Minuten richtig schön zu viert spielen kann als Einsteig. Ich selber mag unglaublich gerne Carcassonne immer noch, was ja mal mit unserem befreundeten Hans im Glück Verlag ja auch mal von uns mitverlegt worden ist, als wir noch mit Hans im Glück zusammen eine Partnerschaft hatten. War ja auch damals Spiel des Jahres und hat etliche Erweiterungs- und Sets erfahren. Das mag ich sehr gerne auch aus dem Hause. Hans im Glück ist das Spiel Medina. Kennt es gleich der eine oder andere. Das mag ich sehr gerne. Sehr, sehr viele Holzkomponenten da drin. Schön zum Anfassen. Macht echt was her auf dem Spiel. Tisch ist mit Sicherheit kein super Profispiel mit über 30 Seiten Anleitung. Aber es gefällt mir persönlich halt sehr gut. Das spiele ich sehr gerne. Ja, ich bin auch, also ich spiele sehr oft sehr Gateway-Spiele, also weil ich einfach so Gruppen habe, wo man öfters mal halt Spiele oder neue Spiele einführen möchte und da klappt immer wieder gut. Ja, ihr besagt, das Karke Sonnen ist einfach immer noch ein Evergreen und auch ein Quacksalber muss ich sagen, ist einfach echt perfekt für solche Gruppen, die so durchmischt sind. Da langweilt sich einfach nicht der Kennerspieler, da langweilt sich auch nicht oder das kleine Kind kannst auch zum Beispiel spielen. Oma, ja, vielleicht auch. Also das ist einfach ein echt gutes Spiel geworden und hat mich auch sehr persönlich selber überrascht, weil ich das eigentlich gar nicht so erwartet habe, aber es ist immer noch eigentlich meiner Top-Gateway-Spiele. Ich persönlich, wenn es mal ein bisschen komplexer werden darf, spiele es super gerne Space Alert und Tichu, das sind so die Evergreens, die ich glaube ich immer in meinem Leben irgendwie dabei hatte. Da kann man einfach nicht auslernen, sage ich mal. Das ist faszinierend nach 20 Jahren oder wie lange auch immer entdecke ich da immer noch Kniffe, wo ich denke, wow, ja, hätte ich wissen können oder, oh, hätten wir besser machen können oder das sind einfach coole Spiele für mich persönlich, wo ich sage, die habe ich immer dabei und werde ich versuchen, auf jede Insel mitzunehmen. Wunderbar. Dann Nils, Anatol, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Gerne, gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Macht's gut. Danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.